Du bist erdrückt von den gigantischen Wellen deiner Probleme. Verzweifelt versuchst du Luft zu holen. Chancenlos. Du singst. Ängste, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit schnüren dir den Atem zu. Doch du bist nicht allein. Es gibt Hoffnung. Mit letzter Kraft rufe zu dem, der Kraft gibt. Zu dem, der diesen Sturm stillen kann. Du bist wie Petrus aus der Bibel, der Angst hatte, im Sturm unterzugehen. Als seine Kräfte am Ende waren, entschloss er sich, den Schritt zu wagen, sich fallen zu lassen in die Hände Gottes. Zwischen den Wellen erschallte seine Stimme. Herr, rette mich. Und er wurde gerettet.